Irgendwie ein Gehalt? Wie ein Gehalt? Schrubb die Wand! Oder ist der Gehalt... Wand schrubben, hab ich gesagt. Nicht diskutieren. So, an die Wand wieder und schrubben. Ja, was ist? Einmal an die Wand und schrubben und der Kamerad macht Liegestütze. Was verstehst du denn daran nicht? Du gehst jetzt hierhin und schrubbst die Wand. Ach so, ich dachte, sie meinen nicht, weil ich heiße Andy Wand. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Entschuldigung. Sie heißen Andy Wand. Korrekt. Wollen Sie mich verarschen? Den Ausweis will ich sehen. Okay, kommen Sie her. Hier neben Herrn Hot. Er heißt wirklich Andy Wand.